So meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 1. Und ja, im letzten Part ging es ja mal mega ab. Und ja, wir stocken uns jetzt hier noch ein bisschen auf. Und ja, nein, Mann. Hi Frank. Ich hatte schon mal einer gesagt, dass du echt hübsch bist. Wie mache ich nochmal das Zielvisier, Mann? Ah, mit E. Ja, toll. Ja, was? Diese Steuerung von dem Spiel, ne? Warte mal kurz, ey. Machen wir das jetzt mal ganz anders. Option? Oh, scheiße. Alles gut. Alles okay. Eine Notiz. Ach Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst. Weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie aufstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als nur noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Wow. Das wird dem bestimmt gefallen. Vielen Dank. So, yo, yo. Gibt es hier noch einen zweiten Stock oder war es das? Oh. Wie viele brauche ich noch? Zehn. Ja, sieht jetzt eigentlich nicht so aus, als wenn hier noch groß viel mehr wäre. Deswegen, lasst es uns tun. Will, ich hab das gefunden und denke, du solltest es haben. So fühlst du dich. Schön leck mich da, Frank. So ein Idiot. Ich nehm's wieder mit. Oh, Achievement. Eine zerknitterte Notiz. Kommst du damit klar? Jetzt wird's noch mal lustig, Leute. Okay, Bill, dann los. Okay, leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß, ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt! Jetzt! Gib Gas! Gib Gas! Super. Hey! Ganz toll, keine! Der drüben! Vorsicht! Oh Mist! So macht man das, Bill. So macht man das, Bill. Wir sind zu langsam. Wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Alter, Bill, jetzt hau doch mal rein, Digga. Ich glaube, ich bin fast tot. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter! Ja, ich seh's. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, Ellie. Oh Trottel. Ja Bill, ich weiß, ich bin doch schon auf dem Weg. Schaffen wir dieses Arschloch vorbei! Machen wir es einfach. Och Ellie, ey. Och noch mehr, ey. Wie hört sich das an? Ja, die Infizierten hören das auf. Los, raus! Die Gas! Okay, das reicht. Stop! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Ja, um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich ja... Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Oh Mann! Hey! Du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm, das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Oh. Tja, ähm. Hier. Na, weg das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Bloß tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kämen die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Mama schläfts so ein bisschen, okay? Bin nicht mal müde. Oh, nein, 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 nein. Na, klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Oh, Mann. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Let's Play The Last of... Okay, nein. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Dann komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Schnell. Wollt ihr mal eine schöne Sterbe-Animation sehen? So sieht's aus. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ja, komm, das haben wir doch schon gesehen, Mann. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Schnell. Ja. Oh, Mann. Ah, leck mich am Arsch, ey. Oh, Mann. Seist ihr? Geh. 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 Geh durch. Los gehen wir. Geh. Achtung. Geh. Da unten. Scheint der Muni zu haben, ne? Oh, lol. Shootout. Kleiner Arschloch, ja. Oh, jetzt hau den. Danke, Ellie. Nett von dir. Oh, Junge, jetzt reicht's doch mal langsam, ey. Ey, wie viele sind denn das? Ich hab ja noch nicht mal mehr was zum Heilen, nix. Schnapp sie hinter dem Schalter. Ich bin ernst, der soll doch... Ja gut, man kann ja auch übertreiben mit den Gegnern, ne? Also, man muss sich vorstellen, Leute. Man hat vor dem Kapitel noch einen richtig harten Kampf gehabt. Man hat kaum Ressourcen und dann wird man in den nächsten Kampf geschmissen mit 50 Gegnern. Also, ich muss sagen, das ist sinnvoll. Das ist eine gute Gaming-Entscheidung. Äh, Entwicklungsentscheidung, was? Kleider. Wollen wir nochmal neu machen, ey. Scheiß drauf. Da hinten ist auch noch einer. Boah, Alter, wie lahmarschig ist der denn? Boah, hol die Waffe raus, jetzt. Warte, was? Boah, Alter! Hölbken! Was ist gar nix, du Arschloch? Hey, ist der Gott? Er ist weg! Verteilt euch! Ey, wenn er sich jetzt umdreht. Ey, ich hätte auch niemals gedacht, dass wir noch in dieser Szene das noch sneaky machen können. Holy shit. Ey, hoffentlich macht das keine Gamer-Probleme, ey. Weißt du, hätte ich gerne was zum Ablenken. Also, Real Talk jetzt. Oh Leute, da ist noch einer. Fuck, fuck, fuck. Verdammt, oh Gott. Dafür wirst du zahlen, Arschloch. Na los, suchen wir weiter. Komm jetzt, hau rein, Mann. Ey, Junge, wer hat denn hier alles? Das ist ne Knarre, jetzt mal ehrlich, ey. Alles drauf. Hast du schon, Arschloch. Wo hast du dich, der Steck? Ja. Hey, Mann. Mach jetzt keinen Scheiß. Ah, ja, ja, ja. Hab schon gesehen, was du vorhattest, du Arschloch. Hast schon gegriffen, ne? Ja, ja. Ey, Leute, hier ist was zum Ablenken. Willst du mich komplett waschen? Pervers. Oh, Junge, ey. Ich hätte gerne was zum Heilen, ey. Ah. Komm mal an anfangen. Jetzt brauchen wir nur noch Papier. Oder Lappen, oder Lappen. Lappen. Labrador Retriever. Ups. Leute, mit dieser Einleitung, wisst ihr Bescheid. Jetzt kommt wahrscheinlich das abgefuckteste Kapitel des Spiels. Ich sag nur Hotel. Kein Bock. Das muss einen besseren Ausweg geben. Wie wär's erstmal mit was zum Looten? Okay. Okay. Hier ist so viel zum Ablenken. Aber wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Ja, das hätten wir so easy packen können. Hier ist so viel zum Looten. Äh, zum Looten, sag ich schon. Zum, ähm. Oh, ja. Ja, das ist doch was zu essen da drin, oder nicht? Ach, scheiße. Ey, die macht dich weg. Ey, lol. Guckt euch das an. Einfach genau dieselbe Textur. Hey, guck mal, auch dieselbe Textur. Und pass auf, da ist es auch. Ey, die, da sind überall die gleichen Sachen einfach drin. Perfekt. Balk. Oh, Klebeband. Äh, hallo. Danke. Messer können wir uns herstellen. Perfekt. Ja, doch. Ich mach ja eins. Das können wir theoretisch zwei Türen schon öffnen. Hm. 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 Hey, lass mich erst mal bitte hier gucken, was hier noch so ist. Also ich, nö. Hm. So. Hm. 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 So. Lecker Schmecker. Ach stimmt, ich glaube da ist ein Werkzeug dringend jetzt irgendwie, ne? Warum lässt der das nicht einfach fallen, Alter? Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schuhe viermal, Jacke sonstige, Kleidung sechsmal, Reifen viermal. Nichts. Alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Was für ein Huhn? Weil... Okay. Ja Leute, oh Gott. Was ist denn das? Ach jo, die gibt's ja auch noch, diese komischen Rauchbomben oder so, ne? Oh. Werkzeug. Eine Pfeile. Pfeile. Aber war hier keine Werkbank oder so? Hm. Einmal nicht. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenn beide Seiten. Oh. Das coole ist, dann in Part 2, sobald da eine fremde Gruppe kommt. Ja Leute, kommt doch zu uns in die Stadt, kommt doch zu uns. Und genau deswegen war der zweite Teil so verhasst. Und äh, bringst du viele Unschuldige um? Hm. Das heißt dann wohl ja. Versteh es wie du willst. Kinderschuhe, Alter. Krankenhurensöhne. Oh. Oh. Oh, ein Trainingsbuch. Perfekt. Kapitel 2. Verbesserte Effektivität der erste Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Schienen werden zur Stabilisierung verlassen. Na, könnt ihr euch gerne einmal durchlesen, weil das ist jetzt eigentlich nichts Story relevantes. Jetzt haben wir aber wenigstens einmal. Was haben wir jetzt eigentlich? Was hat uns das jetzt gebracht? Eigentlich gar nicht, oder? Gar nichts. Ach. Wie viele brauchen wir noch? Fünf. Kriegen wir auch nur hin. Ich glaube das war halt ein Camp, ne? Ein Camp von Überlebenden. Wie schlafen diese Typen wohl? Oder schlafen? Wie schlafen diese Typen wohl? Ne. Die wurden wahrscheinlich überfallen. Umgebracht. Und die haben sich dann hier eingenistet. Die Hunter. Deswegen sind hier auch so viele Kindersachen, Alter. Ey, ne. Eindringlinge werden erschossen. Auf Überlebende wird nochmal geschossen. Toll. Woraus? Wo lang? Hier lang. Ah, Werkbank. Werkbank. Eine Karte der Hunter Hinterhal... Hinterhal... Hinterhaltspunkte. Sahne, Banane. Bus Ram. Ja, da sind wir gewesen. Franke Scheiße. Okay, was haben wir denn? 56 Teile. Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Ziehen. Machen wir das machen? Da brauchen wir erst Teile für. Rotflinte. Na gut, da haben wir eh keine Munition im Moment für, aber trotzdem. Ich hoffe fast mehr Kugeln, bevor sie nachgeladen werden muss. Ich glaube am meisten Sinn macht es... da... einmal... das hier zu verbessern. Fast mehr Kugeln. schneller nachladen. Schneller nachladen. Revolver würde ich gerne noch verbessern eigentlich. Revolver würde ich gerne noch verbessern eigentlich. Schneller abzufeuern. Äh... Machen wir beides. Komm, YOLO. Sehr schön. Das war jetzt nix. Das war jetzt nix. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Oh ja. So meine Freunde. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Dann machen wir am nächsten Part weiter. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. oder bis zum nächsten Part 1 oder Last of Us Part 1. Bis dahin.